Und damit setgelöst man ihm zwergige Nomor-Hobits und Ignor-Dom zu einem neuen Letzt-Test. Und wir spielen Figment 2, Creed Valley, den Prolog, Nachholtag von der Gamescom, war auf der Indy-Arena Move Online angeboten. Ich habe mal Road-Downloaded. Ich gehe mal kurz in die Einstellungen, mache mal die Audio ein bisschen. 1, 2, 3, Testen, Testen, 1, 2, 3, Testen, Testen. Ah, ja. Ich denke, so wird es gehen. Video. Vollbild. Okay, das haben wir hier. Sprecher-German und setzten wir wieder. Der Ruf. Alles klar. Dann spielen wir mal den Prolog. Schauen wir mal in Figment 2, Creed Valley rein. Figment 1 habe ich schon gespielt im Stream. Ja, jetzt spielen wir mit Figment 2. Auf geht's, zumindest die Demo davon. Ich bin Polo-Witsch. Wer ist die? E und Q? Ich verstehe. Störung ist Attack. Oh, das kämen wir doch. Das alte Haus. He ran this way. Let's go give him a whack. Oh, this doesn't look good at all. The mind is clouded in darkness. Und so small ist der gar nicht. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir nicht so klein zu mir, Dusty. Relax, du Nugget. Das ist leicht für dich zu sagen. Du bist der Geist. Der schwarze Hüge ist ein rechörendes Nachtlager. Er kommt rund um die ganze Zeit, wenn der Geist unter ein bisschen Stress ist. Lass uns einen Weg finden, um die Mühle zu erweitern, damit wir die Geist entfernen können. Okay, äußeres Großhirn. Finde ich das schwarze Schwein. Äh, Wildschwein, ne ja. Ist auch schuld. Ich brauche mal einen... Ich brauche mal ein Licht-Dings. Dinge können wir versiedeln. Das war ja ein bisschen... Das war ja ziemlich... Nervig, der Teil 1, dass man die Batterien dann erstmal noch auswählen muss und dann hier reinstecken. Ja, genau so. Ja, groß. Lass uns den Weg, Dusty! Hey, schau! Inhaltsneurons schlafen rund um den Baum. Hey, Koshi! Geh, schau! Noch lässt es auswählen später dann mit... 4,5 Vitems im Inventar. Dann muss man ja weiter scrollen. Dann bestätigen die Idee und so jetzt. So. Das ist aber eine Orangene Lampe. So, bitte Blaue nicht reinpassen. Okay, Orangene Lampe. Da drüben. Schau! Schau! Ein Colorfluid. Statt! Depending auf die Batterie's Farbe, es wird verschiedene Dinge aufwählen. Ja, ich habe hier eins gespielt. Ich weiß, was mit den Batterien funktioniert. Das können wir jetzt mitnehmen. Das können wir jetzt mitnehmen. Das können wir jetzt hier einsetzen. Neutrale Batterien. Und da können alle Farben rein. Okay. Okay. Was ist Kampf? Da ist Porky! Jetzt schon. Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Jetzt können wir ihn nicht- Wie singen wir ihn dann. Dann können wir ihn mitnehmen. Genau. Ach was. Wir verletzen uns nur selbst. Orange Batterie. Okay. Oh. Kleiner, was auch immer du bist und Vogel. Was machen wir jetzt hier mit? Oh. Machen wir mal die blaue Batterie für. Die blaue macht diese Lampe und die orange macht die. Aber wir brauchen... Wir brauchen hier nur orange. Tja. Können wir die mitnehmen? Da müssen wir nicht mehr langen. Das wäre das Rätsel's Lösung. Gut. Doch sind die Rätsel ja nicht allzu schwer. Das sind wir noch. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Ich gucke jetzt mal hier. Ich gucke jetzt mal hier. Oh. So stirbt man. Ähm. Wir haben hier noch einen Aufladen-Treffer, oder? Wie war das? Ich gucke jetzt noch nicht. Ich gucke jetzt mal hier noch. Ich gucke jetzt mal hier noch. Ich gucke jetzt mal hier noch. Verdammt Es braucht ein bisschen Ausweichkunst Und die letzte Oh So, das hätten wir Eine blau-Batterie Mach ich doch Durch den schwarzen Nebel Was haben wir hier? Ja, was soll ich hier rüber müssen? Ein bisschen Knopf drücken Ich hoffe das bleibt an Was sind schlecht wenn wir nicht da sind? Ich hoffe das müssen wir mal achten Darauf dass das Was ist da ist wenn wir Genau so Genau so brauchen wir es So weiter geht's Und hier links Dann wieder umhut zu besiegen Die waren jetzt bisher noch nicht so die große Was ist das? Das machen wir nicht ein bisschen wieder da war es noch eins wir sind ja hier ich bin ja auch noch aber auch nicht ich jetzt zuerst ok ich bin nötig 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 Das ist nicht so komisch, das ist das Licht Das ist's ist's Und zieh da groß. Nein, das verursacht das. Das ist jetzt aber schnell durch. Batterie. Es wird stärker. So, die Anlicht steht schon ganz richtig. Es ist zu früh, um zu feiern, Piper. So, Phase 3. Oh, viel zu früh. Ruh, Dusty! Oh, scheiße, es kommt in kurz her. Phase 3 ist hart. Chon-chon, Dusty! Ähm... Ey, scheiße. Ich brauche gleich Energie. Jetzt wird das hier kritisch. Sie sind auf uns. Da ist Energie. Verdammt. Wie zu früh. Ruh, Dusty! Wir kommen nominen. Ach... 3... 2... 3... ... Schwarze Energie! Schwarze Wolken ausreichend. Chon, chon, Dusty! Sie sind auf uns! Da war das Ende. Bis zur Hälfte ging es auf jeden Fall relativ gut hin. Sagt er ja. Verdammt. Nein, hier, das kapiert ich nicht. Ich habe ein Ende. Es ist ein bisschen zu dicht. Fett, Geld für uns! Scheiße. Du bist nur ein Gericht an uns. Ja! Ja, das ist der gauge, die Batterie, die Batterie, die ... Die Batterie, die Batterie ... Jetzt hier. Na gut, wir waren unter ihm. Keine Ausnung. Warum ist die blaue? Die blickst irgendwie nicht durch. Hier ist recht nicht. Wir müssen weiter rüber. Wo sind wir denn jetzt auch noch? Okay, wir haben da... ...batterie? Ich glaube, wir können auch bei uns setzen. Wir brauchen nichts. Komm her. Ach, der Scheiße. Wir brauchen die Kräfte. Wir brauchen die Kräfte. Wir brauchen den Weg. Wir brauchen die Kräfte. 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 Oh, die sind echt tot. Ich habe noch keinen Weg gefunden, ihn anzureifen. Oh, hier ist eine Glühbirne. Wir wissen nur wie es geht Au Ich muss irgendwie gucken, dass wir da rankommen Wir stehen dahinter, das ist aber nicht so gut Und einmal noch Nice Er ist der Boss besiegt Ja, great work Dusty, this reminds me of the time we beat the fear of closed spaces That guy could really fill up the room, remember that? Mayor Relic, what are you doing here? I come to call upon you an urgent task No problem, Mayor, all you have to do is ask The moral compass has been unaligned And twisted the beliefs and the morals of the mind There's trouble in Creed Valley? Trouble indeed and its cause must be traced Come with me quickly, there's no time to waste We're right behind you, Mayor To the city Die Pizza sneaks down, Tiro. Oha, die Herausforderung des Narren. Die Glaubensspur. Die Glaubensspur, okay. Was machen wir jetzt hier? Trommeln? Sieh, wie weit du kommst, bevor die Zeit abläuft. Zeit ist am schliessen 11 Minuten. Ah, okay. Okay. Hoffentlich nur in der Demo begrenzt. Okay. Au. So gut ist links. Genau hier drauf. Oh, ich verstehe. Wir müssen erstmal noch runter. Auf das Schooner. Oha. Oh nein, die Pfeife, Blu! Sieht so, wie wir etwas Plumbing zu tun haben. Ah ja, und nun? Ich habe eine blaue Lampe. Ich habe eine Beziehung. Eine Meinung. Ich habe Musik ausgemacht. Oh, was? Oh, was? Hm. Kein Dreiküpfelge, aber... Zu mir, jetzt. Oh, was ist das fliegende Jogger? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Okay, hier. Oh, was ist das? Auch zum Dreiküpfelge. Okay. Jetzt haben wir verschiedene. Das macht's blauer. Nicht viel. Eine grüne Batterie. Okay, die rote bringt das jetzt zum Drehen. Okay, was denn... Wahrscheinlich nicht ganz... So, jetzt ist der... Albtraum entfernt, oder? Was? Hier kann man zurückgehen. Wird mal hier zurück. Okay. Okay. Das ist wohl nicht gelöst. Das ist wohl nicht gelöst. Das ist wohl nicht gelöst. Alles klar. Ruhr, okay. Ich pfeife es in Ruhr. So, hier hin. Ich hoffe, damit können wir jetzt irgendwas bewirken. Ach so, okay. Hier hoch. Und jetzt gehts weiter. Wir kommen dem Klauen hinterher. Was werden wir brauchen? Was haben wir hier für eine Witze? Okay. Ich muss da auch nicht ruhen. Okay. Das Grüne müssen wir irgendwie rauf. äh was? das ist ein komischer Back ähm ähm wie kommen wir dazu? ähm ja, ne Schuhe äh aha Das sind ein paar Taphros. Ich glaube, bevor es nicht mehr gut macht. Ich glaube, bevor es nicht mehr gut macht. Am besten. Er soll nicht. Ein bisschen Energie. Aha. Ein Mind-Converter. Okay, wir brauchen eine Batterie. Die wir nicht haben. Ich komme da hinten durch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ah ja. Aha. Ah. Open-minded wieder. Die Mind ist bereit, um neue Dinge zu nehmen und neue Perspektiven zu lernen. Ja, aber nichts gemacht. Dann finden wir nur ein Elbturm. Das wird nicht immer sehen. Okay. Okay. Da haben wir ein Auge. Das macht Auge. Okay. Ah, verstehe. Ja. Nein. Ich verstehe, was du tun hast. Dafür kommen wir jetzt hier noch ein bisschen... Ein paar Sekunden haben wir noch. Ein paar Sekunden haben wir noch. Huh? Was sind diese Auldballe? Es sieht aus, wie sie bieten. Huh? Es wird nicht fliegen. Oh! 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 Und dann ist es doch klick! Oh! Oh! Jees! Wird jetzt mal sagen? Ahh! Ausweich nach Möglichkeit. Ich habe eigentlich nicht mehr viel Zeit. Es wird nur noch versuchen. Mein es zu changen. Aber wir werden immer hoch. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Teil ist abgelaufen. Kein Problem, du kannst es jederzeit noch mal versuchen. Teil deinen Fortschritt auf Discord und finde heraus, wie weit andere gekommen sind. Komplett-Spiel-Wunschliste. Ja, schade. Na dann, müssen wir wohl in der Hauptversion weiterspielen. Komplett-Version. Das war die Demo-Version der Prolog von Figments 2. Creed Val, Creed Valid. Ja, mal schauen. Vielleicht irgendwann. Ohrenvögel gibt es ja auch. Alles klar. Na dann. Danke fürs Zuschauen, habt einen heutigen Tag. Und, ja. Heute, ne. Man sieht sich. Tschau. das war es, das ist geplant. Wir sehen uns auf die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf die Kommentare. Vielen Dank.